Hallo, ihr wisst ja noch, ihr könnt mir immer noch schreiben, was ihr braucht, was ihr wollt, auch was in eurer Schule abgeht, ihr könnt es mir schreiben, aber nun starten wir mit dem Video, let's go. Was? Ja? Ähm, wir fangen jetzt an und wir fahren hier durch die Straße und have a bill. Und rrrrraaah. Und los geht's. Ja, das ist Musik von meinem Freund. Und rrrrraaah, es geht ab. Ich muss das zur Seite machen, weil ich kenn's nicht so gut. Wow, kennt ihr das? Ich hätte nicht noch. Ähm, das ist ein Brrraaah. Ja, ja. Und wir gründen hier mal ein bisschen die Stadt. Ja, es ist eine Stadt, ne? Und dann schlutschen wir mit dem Brrraaah. Brrraaah. Und fahren hier mal weiter. Und hier ist hier so. Und hier fahren wir rein. Das ist meine Verrage. Nicht. Tschüss. Brrraaah. Und wollen wir mal weiter mit dem Musik machen? Ja. Okay, weiter. Und ein Tschüss. Brrraaah. Und wir fahren mal wieder zurück. Es wird irgendwie langweilig bei euch auch dabei. Oder nächstes Mal irgendwann wird es mal wieder länger gehen. Und wir gründen hier durch die Stadt. Und hier geht's. Brrrraaah. Ja, und wir fahren hier mal ein bisschen zurück. Wir fahren hier immer weiter. Schnee, 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 schnee. Das sollten wir immer wieder sein. Brrrraa. Was ich kann? Brrrraa. Ja, okay. Dann fällt hier mal ein bisschen ab. Fahren wir weiter. Ja? Mein Gulli. Kennt ihr das nicht, ne? Wir sind ja in einer anderen Welt. Und... Oh, meine Garte. Die geht auf mir. Und seht ihr diesen Schatten? Das bin ich. Und... Das sind die Duster. Ich weiß nicht. Mein es. Mein es. Was ist das? Na, okay. Tschau, Bost. Brrrraaa. Hmm...